so damit willkommen zurück bei die siedler 4 bei dem angriff schrägstrich verteidigung von dem... der hat ja schon wieder ange... man hat dann das gemacht das hab ich gar nicht mitbekommen holen wir uns gleich zurück krass eigentlich, weil ich hab da sogar leute reingetan, oder? der hat nur noch 85, also komm 94, die nicht wissen was sie tun sollen, ey komm ich brauch Schwerter, Unmengen an Schwertern Unmengen an Soldaten da ist schon seine kleine Truppe, aber die kann man auch gleich ausradieren die fünf leute da ein mann wirklich, aber das schafft meiner, komm schon das schaffst du, ich glaube an dich, schön gemacht, gut verteidigt komm, das greift noch gleich an gar nicht lange Fackeln das ist unser Turm, das sehe ich nicht ein, dass die in meinen Turm kriegen geht gar nicht genau, teilt euch da ein bisschen auf so wie hat denn der jetzt noch? 78 ich könnte mal einen kleinen Gegenangriff starten mal gucken, wo er seinen nächsten Turm hat weil hier ist ja gar nichts kann man hier bleiben ich möchte den einen erledigen als Team schön wieder einer weniger hä, hä, da ist ja niemand wie weit läuft denn der immer da, hier stehen bleiben genau, erstmal die ein bisschen ausradieren die kleinen Truppen, die unterwegs sind, einfach mal abfangen genau genau so dann kommen wir mal weiter einmal da stehen ich speichere schnell so naja, da ist eine Grenze hä, da ist ja gar kein Turm ist ja nichts doch da den Turm, den Turm, den holen wir uns nein da bleiben nicht den Turm da hinten oh, Idioter oh, Idioter zurück, 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 zurück oh, das hasse ich so wenn sie sich aufteilen einfach so richtig dumm ja, dann greift es da an ja, das war jetzt ein bisschen unnötig dann greift es wenigstens den Turm noch an dafür, dass er so wenig Soldaten hat waren die ganz schön stark, ne jetzt abreißen so ich glaube ich dahinter dich abreißen jawohl muss er mal hier bauen kann ich dich auch abreißen jawohl darüber den Turm angreifen los, schnell tut es für euer Vaterland nehmt ihn ein, bevor die anderen kommen reißt ihn ein Riesenstück vom Land weg jawohl wegreißen perfekt wow, der hält sich ganz schön gut ah nee, jetzt ist er weg zurück zum Vaterland so, hierher ach Gottchen ja, wir haben hier nochmal ordentlich aber wir haben uns selber auch geschwächt das waren schon viele ach, der hat echt nicht mehr viel ich brauche einfach Leute aber wobei, die eh relativ Träger ich brauche doch nochmal mehr Träger so, so komm, 100 da nochmal 5 und da nochmal 5 da, da, da da ja, was hatte ich hier ich hatte hier glaube ich noch einen jetzt pass auf ähm, die Getreide hatte ich dann hatte ich hier einen Bäcker ja, eine Mühle hatte ich genau hier stehen und daneben hatte ich glaube ich einen Bäcker so jetzt greift er da wieder an echt furchtbar die gibt nicht auf ne so ein, zwei Tüme die gibt er einfach nicht auf ich glaube das sind die Goldnern bei mir, oder? oder sind das die Dreier naja, gut dann Dreier holt euch den Turm zurück das ist gerade ein bisschen hin und her kleines hin und her ja, der will verhindern, dass ich hier mal schön durchkomme hier kann ich auch keinen Turm hinbauen hier kann ich auch keinen Turm hinbauen so, dann kann ich sich da doch mal vielleicht Bandsprung, dass ich, nein das ist zu weit weg okay kann ich dich dazu überreden, dass du deine Soldaten hierher schickst oder da hin da hin da hin da hin da hin da hin ja, dann schick's da hin ich hab so viel Eisen ich glaub da fehlt echt nur die Kohle die ganze Zeit, ne das ist weil die kein Brot haben die wollen doch Brot ich bin mir sicher, da wollten die Fisch ich weiß es gerade nicht halt, das war so, das musste ich dort nachgucken, ne Goldminen, Brot war Kohle, ja sie werden angegriffen hey, das stimmt doch gar nicht ja, dann schau ich mal vielleicht kann ich noch ein Ding bauen also nochmal essen, weil ich brauche echt viel hier ist nochmal Getreide dann haben wir da sie werden angegriffen das ist doch nur ein kleiner Trupp, oder finde ich das ich finde das nicht nett von euch dass ihr die ganze Zeit diesen blöden Turm da einnehmt der ist mir sehr wichtig der liegt mir sehr am Herzen dieser Turm schlimm sowas dann einmal eine Mühle ach Mist und ein Picker und ein Picker und ein Picker eine Wasserstelle kann ich hier nicht hinbauen brauche ich nochmal eine Getreide kann ich hier noch hinbauen ja da will mir echt das ist wie als wäre das kein Computer weil da will mir immer diese diese Durchgang diese Durchgang verwehren sperren ich brauche einfach nur mehr Brot mag ja was gebt was gebt ihr her ein Stein das braucht kein Mensch braucht auch kein Mensch Schutzschild ja machen wir das mal rechtsklick rechtsklick ok also kein Brot such was wert wo sind eigentlich meine Pioniere kann mir das mal jemand verraten tja anscheinend nicht habe ich die überhaupt noch Saboteure Pioniere ein bloß jetzt rennt es ja schon wieder an langsam wird es lächerlich langsam wird es auch nervig schon langsam wird es auch nervig schon den lernt auch nicht dazu aber es werden auch nicht weniger bei dem das ist echt das ist echt erwärmlich langsam auch nervig schon Da 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 dumm, da 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 dumm. Na, wo ist dieses Lager? Ich glaube, ich baue da mal ein Lager. Kann ich alles da rüberschleppen? Hm, die verbrauchen auch so viel Brot. Die kriegen gar kein Brot hier. Schaut jetzt aus mit Soldaten. Äh, 26 und nicht wissen, was sie tun sollen, das gibt's doch nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja uferlos. Wie viel Häuser soll ich ihn noch bauen? Der da nochmal im angreift, ey, ich sag's doch. Da kommt alles drauf, alles. Da braucht man noch ein Lager daneben, dahin, noch ein Lager, dahin. Da kommt, ähm, Materialien werden da schon, ja doch, machen wir hier Holz und so hin. Holzbretter, Steine, so. Wie ist das Steinhauer, finde? Ah ja, bitte einmal da hoch. Genau, siehste, jetzt könnt ihr da schon langsam sammeln. Das sind ja Soldaten, das schwankt auch gerade ganz schön, ne? So. Schaut, weh nach. Oh, es wird nicht mehr, ja? Könnte ich eigentlich eventuell nochmal einen Angriff starten? Lager fertiggestellt. Da kann ich dann nochmal Silber, Gold, Eisen, das. Kohle theoretisch auch, aber habe ich ja nicht. Hey, da stehen ja zwei Soldaten. Lull. Ach, das hat er wieder zurückgeobert. Ne, hat er nicht. Das war ja hier, ne? Ach, hier baut er gerade einen Turm. Aha. 81. Ach, verdammt. Soll ich gleich mal wieder unterbinden oder soll ich erst mal wachsen? Ach, ich weiß auch nicht. Leute, haben wir eigentlich wieder genug? Wo? Da hat er Kohle gefunden, da kann ich noch eine Kohle-Mine hinmachen. Krass, das ist ja wieder voll. Haha. Schau einen an. Ist wieder voll. Äh, wo kommen die, wo gehen die denn hin? Was? Ich hab doch da extra ein Lager gebaut. Oh my! staat. Bewezukаюсь noch nicht. Kein St avail zur E-Lote Kamera. Oh ma! 니다. Kein St. ашi. Seb. ich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich dahinten ein paar Leute rausziehen könnte aus den Türmen, hier so, weil die sowieso niemals bis dahinter kommen. Niemals, da kommt er nicht durch, da kommt er nicht durch. Und da, boah, ist auch sehr unwahrscheinlich. Und wenn, dann könnte ich jetzt diese, hey, da ist ja ein leerer, da ist ein leerer Turm. Aber die zwei, selbst wenn er dann da, die drei, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass er hier hinkommt, sehr gering. Ich wollte eigentlich diese Folge fertig werden, aber der greift einfach nicht an. Der verstärkt, das ist ein hin und her, das ist unendlich gerade. Nervt gerade richtig hart. Ich speichere mal Angriff. Dann schaue ich mal, was ich mit denen ausrichten kann. Die schicke ich mal da hin. Die schicke ich auch da hin. Alle raus hier. Okay. Genau. Okay. 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 Ich weiß nicht, weil der auch diese Magier und so hat. Die sind immer so stark. Das ist jetzt echt nur ein Versuch. Ich habe ja davor gespeichert und deswegen greife ich gleich mal den Turm da an, den er gerade frisch gebaut hat, damit er lernt, dass er nicht die Tür mitzubauen hat. Und wieder zurückkommen. Und wieder komplett zurückkommen. Komm, 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 komm. Den hat er gerade voll umsonst gebaut. So nicht, mein Freund. Ich mache das schön auf die ganzen anderen Soldaten hier. Wie fährt er jetzt? 99, ach, jetzt wird wieder sauviel. Ist das zum Kotzen. Wir müssen seine Kaserne stoppen irgendwie. Irgendwo ist seine Kaserne, die muss kaputt gehen. Wir werden nur draufgehen wie fliegen, weil er da hunderte Bogenschützen hat. Schön wäre es, wenn ich hier noch Soldaten herstellen könnte. Ich glaube, ich meine, dass er auch ein Kaserne ist. Ich habe meine Kaserne, einen Kaserne, aber ich mischleiere mich auch an. Ich martiere mich auf das Kaserne. Ich habe auch an der Kaserne. Da kann ich noch ein Kaserne. Ich habe mir nur so ein Kaserne. Ich habe mir nicht mehr gekauft, wie ein Kaserne ist. Ich habe nur so ein Katerne. Und ich habe auch eine Kaserne. Ich könnte den Turm schon mal auslöschen. Warte, jetzt speichere ich nochmal. Da, Sixus. Da sind seine Soldaten. Aha. Ja, wunderbar. Und wieder zurück, 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 zurück. Na ja, verdammt, dann greift es halt an, wenn ihr nicht zurückgehen wollt. So, aber jetzt einmal zurück. So, ich könnte den Turm schon mal weg. Kurz sammeln. Mit den anderen wieder verstärkt werden. Da sind noch Soldaten unterwegs. Da sind keine. So, was haben wir da welche? Wo bin ich denn jetzt? Auch nur einen, das gibt es doch nicht. Da, 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 da. Ich hab mit einer kleinen Gruppe. Kann ich den Turm? Er geht zurück. Aha. Okay. Sehe ich zwar nicht, dass ich da angegriffen werde. Ah. Jetzt greift er wieder da oben an. Gut, dass ich da oben keine rausgenommen habe. Das schaffen die schon. Ah. Greif diesen Turm an. So, oma. Da hatte ich eigentlich keine Chance, eigentlich. Da brauche ich eigentlich mich gar nicht drum kümmern. Ach so, der gehört ja schon mir. Oh. Na dann. Da hoch. Da hoch. Jetzt holt er seine Soldaten daher. Wie fährt er noch? Immer noch 82. Obwohl wir ihn jetzt hier gut gedamaged haben. Komm, was soll's. Schauen wir mal, probieren wir es mal. Den Turm jetzt. Ja, jetzt haben wir schon zwei von mir verloren. Oh, jetzt. Oh ja, 3 zu 2. 4 zu 2. 5 zu 2. 6 zu 7 zu 2. Jawohl. Alter, komm. Das schaff mal. Genau, einmal zurück. So, einmal kurz aufdecken. Okay, da ist nur der. Den kann man einreißen. Wie hat er noch? 40. Das schaffe ich. In der Folge auch noch. Komm. Guck mal, was der hier alles hat. Oh, ganz nice. Alter, der. Ich glaube, der hat schon die Beste. Okay. 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 Hoffentlich hat er keine Magier mehr, weil die sind immer so stark bei dem. Zeug, 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 zeug. Jawohl, greift mal. Scheiß drauf. Greif den Turm an, weil da hat er so viel weg. Da fehlt so viel dann. Da fehlt ihm alles. Komm schon. Jawohl. Holen wir uns den Turm? Ja, zuerst den Turm. Abreißen, jawohl. Abreißen, jawohl. Auch zu diesem Turm. Abreißen, jawohl, ja. Oh, damit schwächen wir den aber ordentlich. Oh, yeah. Oh, den schwächen wir gerade so. Vielleicht gewinnen wir sogar. Wie viel Salat hatten wir noch? 21. Easy. Easy win. Win. Da ist der nächste Turm. Greif den an. Come on. Bam. Richtig nice. Ich weiß, es wird eine Folge mit Überlänge, aber wir sind gerade am Gewinn. Deswegen. Da ist der nächste Mal. Da ist der nächste Mal. Den schaffen wir gemeinsam, sind wir stark. Das ist ein fettes Labor. Komm schon. Ich glaube, das ist es, wenn wir den Turm haben. Ich glaube, irgendwo hier ist auch seine... Die Schmiede, dann wird auch hier irgendwo die Kaserne sein. Jawohl. Reiß den Blö... Oh. Da ist der Nächste. Immer ein bisschen drauf achten, damit der nicht oben angreift. Aber wie wahrscheinlich ist es, wenn ich ihn gerade fertig mache, dass er mich auch noch angreift. Ich glaube, das sind nur noch so kleine Kacktürme. Aber irgendwie seine Hauptbase, also seinen Kernersiedlung, habe ich immer noch nicht erreicht. Ich glaube, die ist weiter oben. Aber der hat sich ganz schön ausgebreitet. Leckt mich am Arsch. Der war gut breit. Ich darf eigentlich nur keine Soldaten mehr herstellen. Das wäre es. Mal kurz gucken. Habe ich mir noch ein paar Soldaten irgendwo? Zwei und hier auch nochmal drei. Huch, hierher. Ja, nimmt es ein. Achso, habe ich schon. Reißen wir das da ab und das da. Dann holen wir uns den Turm noch, weil der so alleine steht. Äh, nein, kein großer Turm. Irgendwo sollten hier... Okay, ich vergesse es. Äh, schwarz, schwarz, schwarz. Sagen wir mal, wie hat denn der sich ausgebreitet, ey? Jetzt kann er auch langsam aufgeben. Der hat noch sieben Soldaten. Jetzt ist vorbei. Wir haben gesiegt. Oh, das war aber eine Tortur. Hat lange gedauert. Hat wirklich lange gedauert. Vor allem der Blaue, der hat es echt nicht blöd gekämpft. Der hat immer so Stückchen weißer angegriffen. Immer wieder Soldaten hergestellt. So, nächster Turm. Oh, der hat so viele Türme. Oh, da ist er noch. Noch ein Turm. 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 Achso, ich habe es schon ausgewählt. Wegreißen. Na ja, wirklich einmal komplett rum, ne? Einmal um mich rumgebaut. Der war echt breit ausgefächert. Holy moly, hey, da habe ich ja noch einen Turm. Sie haben gewonnen. Jawoll, ja. Hä? Wo war sein Kern? Ach, wir haben es geschafft. Gewonnen. Ja. Oh, Siedler 4 ist so schwer. Oh, da brauchst du so lange, bis du so etwas schaffst. Und viele neue Starts auch. Oh, Gott. Wie sah das jetzt mit dem Bäcker aus? Der hat gut gemacht, oder? Ach, der war noch gar nicht so weit. Ah, wobei, der hat schon Brot hergestellt. Ach, hier war es ja wieder weg. Ach so. Hm. Ach wie, ich war hier gleich am Kartenrand. Sehe ich gerade. Ja, weil das schwarz war. Ich war hier am Kartenrand. Ach so. Deswegen konnte er nicht von da oben kommen. Bäm. Wunderbar. Damit haben wir gewonnen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser Mission. Bei diesem Let's Play. Ob jetzt noch weitere Folgen Siedler 4 kommen, ich weiß es nicht. Weil demnächst bald soll ja eventuell mal das neue Siedler rauskommen. Da werde ich eher das anfangen. Und momentan sind noch viele andere Projekte am Lauf und geplant. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da zukomme. Ich wollte die Mission noch unbedingt zu Ende spielen. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen bei der Siedler 4 und vielleicht beim nächsten Let's Play. Oder wenn dies fortgesetzt wird. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.